Produkte über das Internet zu verkaufen oder auch kurz E-Commerce ist das am stärksten wachsende Geschäft in den letzten paar Jahren hier in Deutschland. Der stärkst wachsende Wirtschaftszweig, wir alle kennen das, wir kaufen immer und immer und immer öfter online ein. Logischerweise gibt es also auch immer mehr Platz und Möglichkeiten sich genau in diesem Bereich selbstständig zu machen. Und heute werden wir mal beleuchten, was es denn genau kostet, also wie viel Kapital man mitbringen muss, wenn man ein erfolgreiches, das ist übrigens ganz wichtig, ein erfolgreiches E-Commerce-Business starten möchte. Du wirst sehr viele Videos bestimmt hier auf YouTube finden, wo Leute dir erzählen, wo du ohne Startkapital in sehr kurzer Zeit recht gut verdienen kannst. Fakt ist einfach, Handel bedeutet letztendlich Ware wird eingekauft, dann wird Ware wieder verkauft und bevor du also Ware verkaufen kannst, musst du erstmal welche einkaufen, du brauchst also definitiv Startkapital. Wir schauen uns aber heute nicht nur den Wareneinkauf selbst an, sondern auch was kostet die Gründung, was musst du für Software oder auch Informationen ausgeben, wie viel kostet der Warentransport, wie viel musst du für Werbung und Marketing ausgeben, dass du dir wirklich mal ein Bild machen kannst, wie viel Geld du mitbringen musst. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass du wirklich in den nächsten ein bis zwei Jahren Unternehmen aufbauen willst, von denen du die Möglichkeit hast, sehr gut zu leben, sprich 10.000 und mehr pro Monat damit zu verdienen. Als Selbstständiger ist das übrigens deutlich weniger, was am Ende davon nach Steuern übrig bleibt, als wenn du normal berufstätig wärst. So, schauen wir uns also an, welche Kostenpunkte es gibt. Zu allererstes, der erste Kostenpunkt ist einmal die Gründung, das heißt, du musst ein Unternehmen sozusagen gründen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten zu, kennst du bestimmt auch. Es gibt GmbH, es gibt auch andere Rechtsformen. Tatsächlich ist es für den Beginn, wenn du dich selbstständig machst, am einfachsten, hier ein Einzelunternehmen zu gründen. Das kostet, je nachdem, in welchem Bundesland du bist, zwischen 30 und 50 Euro. Deswegen gebe ich jetzt einfach mal 50 Euro ein. Das heißt, das ist sehr, sehr übersichtlich, ein sehr geringer Kostenfaktor. Hatte ich damals, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, tatsächlich recht respektlich. Das kostet ein paar tausend Euro. Aber es ist tatsächlich relativ günstig. Mit 50 Euro, wenn du zum Beispiel eine GmbH gründest, etc., können das auch mal um die 1.000, 2.000 Euro sein, weil du dann halt zum Notar musst. Das ist alles ein bisschen aufwendiger. Ein Einzelunternehmen, da rennst du einfach zum Gewerbeamt, füllst du dann ein Formular aus, kannst du online machen und dann bist du schon selbstständig. Ansonsten brauchst du für die Gründung im Grunde genommen nicht viel. Was immer sinnvoll ist, ein Geschäftskonto noch zu eröffnen am Anfang. So ein Geschäftskonto kostet aber heutzutage eigentlich gar nichts mehr. Das sind monatliche Gebühren von 10 Euro vielleicht. Also es ist wirklich nicht viel. Je nachdem, welches Konto du hast, gibt es bestimmt auch welche für 15 Euro oder so. Aber das ist ein sehr, sehr, sehr geringer Kostenpunkt. So, jetzt geht es natürlich erstmal darum, zu entscheiden, was möchtest du überhaupt im E-Commerce machen. Möchtest du jetzt zum Beispiel Produkte über Amazon verkaufen? Möchtest du einen eigenen Shop aufbauen? Möchtest du eine eigene Marke aufbauen? Und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt ein paar verschiedene Möglichkeiten, das zu tun, die sich grundsätzlich nicht von dem Investment, was du mitbringen solltest, unterscheiden. Also ob du jetzt ein Produkt zum Beispiel in deinem Shop oder auf Amazon verkaufst. Du musst ja genauso einkaufen. Das heißt, da sind die Kosten eigentlich ähnlich, aber um zu lernen, wie du das richtig machst und auch um diese Dinge dann umzusetzen, benötigst du auf der einen Seite Wissen, beziehungsweise ich sage immer eigentlich, man benötigt eine Art Ausbildung, plus, das ist ja logisch, Software heutzutage. Also ich sage mal, ich zum Beispiel, wenn wir auf Amazon Produkte verkaufen, nutzen wir Software, mit der wir den Markt analysieren können, wo wir genau sehen, welcher Händler wie viele Verkäufe pro Monat macht. Das heißt, ich weiß genau, wie viele die Umsätze sind. Dafür benutze ich so ein Software-Tool. Das ist nicht wirklich teuer alles, aber muss natürlich mit dabei sein. So, jetzt ist es wichtig, Wissen und Ausbildung ist natürlich eine Sache, wo wir jetzt auf YouTube ein ganz schwieriges Thema ansprechen, um Gottes Willen, wieder einer, der mir ein Coaching verkaufen will. Kannst du gerne so denken. Ich denke, dass es in unserer Kultur eigentlich üblich ist, wenn man was Eigenes anfangen möchte, wenn man was Neues machen möchte, eine Ausbildung zu dich laufen. Die meisten Leute, die dieses Video sehen, haben das getan in Form eines Studiums, einer normalen Ausbildung, vielleicht ein duales Studium und üben deswegen jetzt einen Beruf aus, den sie auch wirklich können. Das heißt, jemand, der Arzt werden will, sollte nicht auf YouTube Videos anschauen und danach sagen, jetzt werde ich Arzt und ich weiß genau, wie ich alle Operationen mache, sondern er sollte auf jeden Fall das Ganze wirklich lernen. Und dafür muss man Geld investieren. Das sind monatlich, je nachdem, wo und wie man das macht, da gibt es Unterschiede, sage ich mal so wahrscheinlich zwischen 300 und 1.000 Euro, die man permanent bei sowas übrigens mit einberechnen sollte. Also Leute fragen mich auch immer zum Beispiel bei uns, Niklas, wie lange dauert bei euch denn ein Coaching? Wir arbeiten mal mindestens zwölf Monate mit Leuten zusammen, aber ein Training und eine Ausbildung, um voranzukommen in einem selbstständigen Bereich, sollte man permanent machen. Das ist genauso wie ein guter Mitarbeiter auch permanent neue, natürlich neue Sachen lernt, also sich fortbildet, sollte man das genauso tun als Selbstständiger. Das ist mal witzig, da scheiden sich halt die Geister von den Leuten, die wirklich was erreichen wollen und den Leuten, die eben erstmal nur schauen wollen, wie man schnell reich werden kann. Also, hier so 300 bis 1.000 Euro im Monat. Dann kann man weiter schauen, die Ware, die wir jetzt brauchen, ist ganz wichtig natürlich. Hierbei ist ganz klar zu sehen, du kannst jetzt wenig Ware kaufen, du kannst viel Ware kaufen. Das heißt, man kann jetzt nicht konsistent sagen, hey, du wirst jetzt 5.000 Euro in Ware investieren oder 10.000 Euro in Ware investieren. Wie gesagt, unser Ziel ist es, hier hinzukommen, also von all diesen Ausgaben sozusagen, das Ziel ist es wirklich mal mindestens 10.000 Euro am Ende des Monats übrig zu haben, als reinen Gewinn. Wenn du jetzt sagst, du möchtest 100 Euro natürlich verdienen zum Beispiel, dann würde ich auch keine 300 bis 1.000 Euro in Wissen investieren. Das wäre im Pluromonat, das wäre ja sinnfrei. Sondern wir sprechen jetzt mal über dieses Ziel und dann eben natürlich, wie es danach weitergeht, darüber hinaus. So, und da, um das Ziel auch zu erreichen, brauchen wir schon einen gewissen Warenbestand. Das heißt, ich sage jetzt einfach mal hier in dem Bereich, sollten wir schon so 5.000 Euro für Ware ausgeben oder mehr. Ist ganz klar. Man muss dir vorstellen, umso mehr du in Ware investierst, desto mehr kannst du auch verkaufen. Dementsprechend kannst du auch mehr verdienen. 5.000 solltest mindestens sein. Da gibt es noch ein Video zu uns, warum es sich nicht lohnt, mit irgendwie 1.000 Euro Ware anzufangen. Einfach aus dem Grund, weil dann diese ganzen Kosten, die drumherum entstehen, einfach so hoch sind, dass du am Ende gar nicht wirklich viel Gewinn machen kannst. Deswegen solltest du hier mit 5.000 Euro rechnen. Dann müssen wir diese Ware jetzt transportieren, natürlich, zum jeweiligen Fulfillment-Dienstleister, der für uns dann diese Waren lagert und versendet. Das könnte zum Beispiel Amazon sein. Hier ist es natürlich abhängig davon, wie viel Ware du bestellt hast, wie viel du da jetzt bezahlst. Rechnen wir auf 5.000 Euro jetzt einfach mal, nochmal 1.000 Euro für Ware. Wie gesagt, wenn du jetzt zum Beispiel kleinere Produkte hast, dann ist das vielleicht günstiger. Wenn du große Produkte hast, ist das vielleicht teurer. Aber ich sage mal so, du solltest mindestens mal so mit 1.000 Euro dafür rechnen. Das ist auch ein realistisches Verhältnis hier. Aber das, wie gesagt, kann viel mehr sein, wenn du mehr Ware bestellst. Hängt einfach mit dem Volumen zusammen. So, jetzt müssen wir natürlich, jetzt sind die Produkte da. Alles ist sozusagen angekommen. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir diese Produkte auch verkauft bekommen. Also wollen wir die Produkte vermarkten. Wir brauchen sowas wie Produktfotos. Wir brauchen Werbung, damit mehr Leute unsere Produkte sehen, etc. Und in dem Bereich kannst du nochmal so rechnen, dass du dir ungefähr 1.500 Euro erstmal für ein Produkt ausgeben solltest oder zur Verfügung haben solltest. Der Vorteil auch hier ist natürlich, Werbung ist etwas, was du kontinuierlich schaltest. Aber der Großteil dieser Werbung, den wirst du schon aus deinen direkten Einnahmen und Umsätzen finanzieren können. Heißt, wenn du jetzt zum Beispiel mal, sagen wir mal, du machst 25.000 Euro oder sagen wir mal, du machst 30.000 Euro Umsatz und 10.000 Euro davon sind am Ende Gewinn, dann kannst du ja problemlos sozusagen von diesen 30.000 einen Teil auch immer in Werbung reinvestieren, um einfach diese Umsätze konstant hochzuhalten. Das heißt, das musst du später größtenteils gar nicht von deinem eigenen Geld am Anfang bezahlen, sondern schon aus den Umsätzen, die du mit deinem Unternehmen dann generierst. So, das im Grunde genommen sind erstmal die wichtigsten Punkte. Jetzt haben wir noch, hier unten ganz wichtig, für den Sprung in die Selbstständigkeit, Kosten, die viele nicht mit bedenken. Diese Kosten sind beispielsweise, die Krankenkasse könnte das sein, Krankenkasse, das können laufende Kosten sein, zum Beispiel für den Steuerberater, den du haben solltest, wenn du dich selbst nicht mit Steuern auskennst und so weiter und so fort. Da kommt es nochmal ein bisschen individuell darauf an, zum Beispiel jetzt bei der Krankenkasse, fängst du zum Beispiel nebenberuflich ein Business an, dann ist das alles überhaupt kein Problem, dann musst du hier nichts zahlen, weil du durch deinen Hauptberuf bereits krankenversichert bist. Wenn du dich jetzt aus einer Nichtbeschäftigung, wovon ich nicht ausgehe, aber wenn du dich von einer Nichtbeschäftigung aus selbstständig machst, dann musst du direkt von Anfang an aus deiner Selbstständigkeit Krankenkasse finanzieren. Das heißt, mach das auf jeden Fall nebenberuflich am Anfang, das spart dir sehr, sehr viel Geld. Steuerberater kostet am Anfang im Monat auch nicht viel, hast vielleicht 70 Euro oder sowas, fast kostenlos, auch teilweise am Anfang, teilweise wirklich die ersten Monate, bezahlst du teilweise gar nichts, aber sonst mal so 70 Euro bis 100, 150 Euro oder so pro Monat. Dann natürlich das Fragen, auch mal viele Leute steuern, klar, Steuern zahlst du auf Gewinne. Das bedeutet, die zahlst du nicht, bevor du Geld eingenommen hast. Dementsprechend ist das auch kein Geld, was du vorstrecken musst, sondern erst nachdem du Geld verdient hast, zahlst. Also, solange du keinen E-Commerce anfängst, musst du auch keine Steuern zahlen und du musst auch keine Steuern zahlen, um es zu starten. Und hier geht es ja genau darum, heißt also, Steuern ist ein Punkt, der hier auf diese Rechnung nicht mit drauf fällt, sonst zahlst du aber natürlich logischerweise ja zum Beispiel auch diese 10.000 Euro, auch noch Steuern, da kommt es dann wieder drauf an, bist du zum Beispiel hier oben Einzelunternehmer, bist du eine GmbH, wie hoch die Steuersätze sind, auch von Region zu Region, wie hoch der Gewerbesteuersatz ist. Das ist aber, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, aber das sind jetzt hier erstmal grob die Kosten, die sozusagen auf dich zukommen. Das heißt, wenn wir das jetzt mal runterbrechen, ich sage das immer auf 12 Monate, wenn man sich jetzt mal 12 Monate anschaut, das heißt wirklich auf ein Jahr plant, in dem man so ein Business aufbauen kann, um solche Ergebnisse hier zu erzielen. Womit sollten wir rechnen? Hier oben, wie gesagt, das ist eigentlich ein nichtiger Teil, existiert fast gar nicht. Wissen und Software kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie intensiv das auch ist, zum Beispiel, wenn du jetzt im Bereich Amazon anfängst, dann lässt du dich natürlich logischerweise erstmal, brauchst du erstmal weniger Software, vielleicht als jemand, bei der den Shop aufbaut, bei der den Shop aufbaut, der muss ja auch noch lernen, wie baut man einen Shop auf, der muss noch lernen, wie schalte ich Facebook Werbeanzeigen, wie schalte ich Google Werbeanzeigen und all diese Themen sind natürlich immer zusätzliche Wissenssachen und können dementsprechend natürlich auch teurer sein, kommt ein bisschen darauf an. Aber wenn wir hier mal davon ausgehen, dass wir auf den ersten 12 Monate ungefähr hier im Monat einfach mal so bei 400 Euro liegen würden, das ist relativ passiv, dann wären wir da irgendwo bei 5, 4, 5, 6.000 Euro in dem Bereich. Ich gebe jetzt einfach mal 4.000 Euro ein. 4.000 plus 5.000 sind 9, 10, 11.500 Euro circa, hätten wir jetzt hier sozusagen und das ist auch ziemlich genau das, was du eigentlich haben solltest, um anzufangen. Ich sage immer, wenn du mit 10.000 zum Beispiel startest, dann ist das kein Problem oder auch mit 8.000 oder 9.000, das ist kein Problem, weil du kannst innerhalb dieser 12 Monate sicherlich nochmal 1.000, 2.000 Euro mehr zurücklegen und in diesem Bereich, ups, in diesem Bereich ist es dann auch sinnvoll und möglich, wirklich auch ernsthafte Gewinne zu erzielen. Jetzt ein ganz wichtiger Appell an der Sache, weil ich weiß, dass Worte im Mund immer verdreht werden hier bei uns auf YouTube. All diese Punkte sind essentiell, deswegen stehen sie hier drauf. Es gibt auch noch nicht essentielle Punkte, die man jetzt ergänzen könnte. Man könnte zum Beispiel sagen, hey, wir geben in Marketing nicht 1.500 aus, sondern wir drehen für 15.000 Euro einen Werbefilm für unsere Produkte. Das ist aber nicht notwendig. Absolut nicht notwendig. Wir haben hunderte von Kunden, die erfolgreich geworden sind, ohne diese Punkte hier. Das heißt, das ist das, was wirklich notwendig ist und bevor du jetzt anfängst und hingehst und sagst, hey, pass auf, ich probiere das erstmal. Ich bin nur ein bisschen allergisch gegen diese Leute. Ich mache statt Ware, kaufe ich erstmal nur 1.000 Euro ein und gucke mal, wie das läuft. Und statt Shipping, gut, Shipping musst du zahlen, da kannst du dir nicht aussuchen, wie viel du bezahlst. Hast du dann hier nur 500 Euro oder so. Du sagst, Marketing, das mache ich nicht so professionell. Ich mache erstmal nur nicht so tolle Bilder. Und Wissen brauche ich auch nicht. Das gucke ich mir dann an in YouTube-Tutorials. So, und dann sparst du dir das hier zusammen und auf einmal siehst du, hey, ich brauche nur 3.000 Euro zum Anfangen oder 2.000. Das ist perfekt, um das anzufangen. Das ist aber ein Problem, weil diese 3.000 Euro sind verloren. Wir haben viele Rechnungen hier gemacht. Du kannst nicht mit weniger als 10.000 Euro, auch wenn es da draußen Leute gibt, die das erzählen werden, du kannst nicht mit unter 10.000 Euro ein bisschen starten. Es ist absolut sinnfrei. Weil du kannst gar nicht diese laufenden Kosten, die du hier irgendwann hast, die wirst du durch deren monatlichen Gewinn gar nicht decken können. Plus, und das ist eben das wahre Problem, wenn du hingehst und sagst, ich möchte das mal ausprobieren, da musst du es schon richtig ausprobieren. Das ist so, als würdest du sagen, hey, ich will unbedingt mal Fußball ausprobieren. Ist ein interessanter Sport, will ich gerne mal spielen und kaufst dir dann Handball und spielst mit dem Handball alleine auf der Straße Fußball. Danach hast du keine Ahnung, ob das gut ist, ob das funktioniert, ob dir das Spaß macht oder nicht. Es ist einfach nicht in reellen Verhältnissen. Genauso ist das hier. Du wirst zum Beispiel, wir haben zum Beispiel Kunden, die sind zu uns gekommen, die haben erst Sachen alleine probiert und haben teilweise danach Strafen bekommen, weil sie irgendwelche rechtlichen Themen vernachlässigt haben und dafür teilweise Tausende von Euros zahlen mussten im Nachhinein. Wo man das hätte viel einfacher investieren können, indem man sich hätte ausbinden lassen. Gleiches gilt zum Beispiel für die Ware. Dann haben wir Leute, die investieren auf einmal 10.000 Euro in Ware, haben aber hier das Geld gespart und haben dann in die falsche Ware investiert und haben so logischerweise, auch wenn sie eigentlich hier alles richtig gemacht haben und mit 10.000 Euro ein gutes Startkapital mitgebracht haben für Ware, aber dadurch, dass sie eben keine Ahnung hatten, was überhaupt gute und interessante Produkte waren, haben sie das Geld ins falsche Produkt gesteckt und dadurch ist das Geld dann am Ende des Tages auch wieder weg gewesen. Das heißt, das, was wir hier jetzt in etwas zugegebenermaßen vollem Board hier an dem Board stehen haben, das ist schon das, was du brauchst. Das ist das, wie gesagt, wir haben über 500 Unternehmen in dem Bereich aufgebaut und das solltest du so mitnehmen. 11.500 Euro, 10.000 bis 11.500 Euro für all diejenigen noch, bevor wir das Video beenden, die jetzt gerade nicht so viel Geld haben, aber auch gerne in E-Commerce Business starten wollen. Ich gebe euch einen super, super wichtigen Tipp. Wenn du jetzt gerade vielleicht, wenn du 18 oder 19 bist, dann ist es normal, dass du unter 10.000 hast, weil die wenigsten werden in dem Bereich über 10.000 Euro angespart haben. Wenn du jetzt zum Beispiel gerade 30, 35, 40 Jahre alt bist und du hast keine 10.000 Euro zur Verfügung, dann kümmere dich erst darum, deine Gedanken zu Finanzen und Geld anders zu stricken, weil wenn du mit 40 Jahren keine 10.000 Euro zur Verfügung hast, dann hast du einfach ein dermaßen beschissenes Mindset zu Geld und hast dermaßen beschissene Investitionen in deiner Vergangenheit getätigt, dass es jetzt nicht klug ist, zu deinem eigenen Schutz Geld in die Hand zu nehmen, egal ob das 3.000 oder 4.000 Euro sind, um das in Business zu investieren, weil du wirst damit scheitern. Okay? Ganz straight. Du wirst damit scheitern, wenn du nicht in der Lage warst, bisher in deinem Leben 10.000 Euro in einem der reichsten Länder der Welt anzusparen. Davon kannst du 6, 7 Monate irgendwo zur Miete wohnen. Also wenn du sowas nicht als finanzielles Polster hast für dich, dann denk jetzt nicht darüber nach, ein Business zu gründen oder zu starten oder sonst irgendwas, sondern klär erstmal deine finanzielle Lage ab und dann schau, dass du, sobald du das gemacht hast, dich weiter mit dem Thema beschäftigst. Wenn das ganz interessant für dich ist, wenn du ein E-Commerce-Business starten möchtest, dann kannst du gerne mal hier unter dem Video auf die Links klicken, kannst mal schauen, was wir anbieten. Wir unterstützen Leute genau dabei, diesen gesamten Prozess erfolgreich durchzugehen, damit wir eben am Ende des Tages auch wirklich hier Gewinn erzielen können und das eben nicht mit irgendwelchen leeren Versprechungen oder irgendwelchen himmlischen Botschaften, dass du mit 10, 20, 30 Euro Startkapital dann bald Millionär wirst, sondern wie das eben wirklich real funktioniert, wie es in der realen, in der echten Welt funktioniert und wie du wirklich aus dem Investment von 10.000 bis 20.000 Euro ein Unternehmen aufbauen kannst, was dich in den nächsten ein bis zwei Jahren finanziell unabhängig und frei machen kann.